An, bitte kommen. Ende. Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Verstanden. Wir kontaktieren... Weinen ... Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Gehen wir. Die anderen müssten bereits hier sein. Ah, und da sind sie. Ich bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis! Ruhig bleiben! Achtet auf eure Kehrseite, Jungs! Ja, anscheinend findet es härter als in der Bibliothek. Auf, mein Zeichen! Scheiße! Feuer frei! Stehlen und halten! Geh, Mannen! 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 von den anderen Stationen haben. Komm! Gehen wir, Artyom! Scheiße, Schweine, Krankheiten. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und gebe nicht auf. Alex. Ja, Nikolai. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Wir werden uns alle umbringen. Wir werden sehen, was Hunter sagt. Sergei! Habt ihr meine Sergei gesehen? Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Mami, müssen wir noch lange warten? Das Krankenhaus ist voll. Gehen wir, Artyom! Aber bleiben Sie ruhig. Wir müssen die Ordnung... Wir müssen die Ordnung... Vielen Dank.